und ja das wollen wir nicht sehen wie spawne ich hier immer neben dem bett ja logisch und query power drain power speed speed fortune 3 dafür war fortune 2 dafür fortune 1 dafür brauche ich upgrade base dafür brauche ich ende entfused obsidian weißt du was ich gleich auf meinen draconic sweat drauf pack ich packe mal luck drauf vielleicht kriegen wir mehr draconium vom ende dach noch und haben wir noch ich habe noch während quartier gehöre was lack auf den ende allerdings auf den wiferns wort vielleicht trockte ende drache dann mehr draconium weißt du so jetzt erst mal eben hier rein da so bürger und quats 1 2 3 4 so wird das naja upgrade base ja so da muss ich dann den iron pickaxe mit fortune 1 aber du kommst mal mit und wer noch im stream ist einfach mal bitte hallo schreiben oder so ich weiß jetzt nicht ob da noch jemand da ist oder nicht das wäre auch hier ganz geil so warte mal so und so so iron pickaxe so warte mal so warte mal so und so so iron pickaxe so da ist da rein und jetzt fortune so 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 geht es vielleicht nur wenn ich aber ach so ich muss dann auf e für entstand ok bist du schon fertig hey du bist schon sogar schon fertig ja nice redstone da und dahin wo ist die upgrade base da die upgrade base hin und da hat fortune so damit habe ich das upgrade so dann irgendwie ist das bug using in dem enchantment table können wir ganze zeit enchanten 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 obwohl da nur fünf enchantment drauf passt was links in den enchantment table kannst du enchanten enchanten obwohl er nicht so viele enchantment drauf passen das ist irgendwie total komisch ok egal die erdnussbutter wächst nicht so wie die erdnussbutter wächst nicht vom essen das ist doof auch die vielleicht was bestimmtes nein nein ich habe auch eine gießkanne extra gemacht fortune 2 upgrade so und jetzt und fortune 3 upgrade braucht zwei diamond mit fortune 1 1 und 2 wir sollten so langsam mal unsere xp farm wieder ans laufen bringen wenn ihr die und fortune 3 upgrade haben wir auch nice jetzt braucht die mega viel strom aber egal so jetzt kann ich aber ja ja gut end portal alter ist das op using ich muss mich ein bisschen bewegen hier ey das ist minus 110 nur 10 114 ok warte mal auf 67 warte mal auf 67 da 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 dada da habe ich hier alles ich glaube ich habe hier das gesamte end so das heißt hier wieder mal an angel blog dann die redde granite so und wie jetzt warum näht warum machst du das näht nach auf 68 lol habe ich schon wieder die animationen aus video settings animations hier habe ich machst du trotzdem nicht warum nicht was ja doch auf 67 so wo warte mal j raypoints new ed 2 quatsch immer und marka 2 so 114 bis nach ganz unten ich glaube gta wird heute nichts mehr oder dafür kommen wir ein minecraft wenigstens mal ordentlich weit glaube ich jetzt gerade zu der punkt erreicht wo wir so immer weiter weiter und weiter und weiter kommen deswegen ja ist das nicht genau weil irgendwie normal zack ja so und jetzt das weg, das weg, das weg die query, der tesseract ich hab die chest vergessen wobei, nee, warte mal, brauche ich ja gar nicht und bam fortune 3 upgrade und tesseract und sie liegt schon los warte mal, energy mode receive fluid send, item send alles klar, läuft mit fortune 3, nice hoffentlich funktioniert's auch durchgehend und kackt nicht wieder ab wie bei dem ganzen anderen scheiß ständig ich verstehe nicht, warum die immer ab einer gewissen Zeit aufhört, ne das live dashboard auf dem handy ist jetzt ja nicht so der burner, wa was das live dashboard auf dem handy ist jetzt ja nicht so der burner was für ein live dashboard, ach von Nitaro? ne, von twitch genau so theoretisch müsst ihr jetzt warum haben wir eigentlich das ei nicht mitgenommen egal kein endstone kein drücken was denn ich habe eine mob trophy bekommen kein obsidian, ok okay okay 15. 16. 17 18 19 20 22